Oh, ja, ja, ähm, was macht ihr denn da? Ich dachte, ich war jetzt hier gerade eigentlich so, ja, für mich und irgendwie, na gut, aber wenn ihr schon da seid, dann will ich es eigentlich auch gar nicht so lange machen, hier noch ein ganz kleines Infohäppchen und zwar ist es morgen am Mittwoch, ist nämlich ein Stream von 19 bis 21 Uhr mit meiner Wenigkeit, der Krummel ist auch dabei und fieser Fettsack, wir drei werden zusammen ein bisschen im Zug fahren, ein paar Fragen von euch beantworten und jeder ist da auf Twitch unterwegs, auf seinem Kanal, also da könnt ihr auf jeden Fall mal einschalten und ich denke, uns drei wird es sehr freuen, wenn ihr da dabei werdet und uns einfach ein paar Fragen stellt, auf was ihr so Bock habt, ihr könnt uns alle Fragen stellen, wir werden da hoffentlich die richtigen Antworten für euch geben, der Krummel und ich sind eher für das Entertainment zuständig, fieser Fettsack bringt den Skill mit und ich bin da wahrscheinlich weit abgeschlagen, ja und jetzt fände ich es schön, wenn ihr dann doch meine Privatsphäre so ein bisschen respektieren würdet, deswegen, ich werde jetzt gleich noch meine Zeitung lesen und ja, wie gesagt, morgen, das ist der 22. auf Twitch, dann um 19 Uhr bis 21 Uhr, wir freuen uns!